Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 3. Ich habe jetzt eine Idee. Okay, ich habe gekugelt. Und zwar kann man irgendwie so Simmogramme machen. Also wenn man da jetzt hingeht und irgendwie Chinn-weise reinigen. What? Ähm, freundlich. Okay, sie übt ja schon irgendwie mit Singen. Sie kann schon aber auch so singen. Sie selbst singen, essen herauf. Tada. Hä? So, du wirst berühmt. Ich sorg dafür. Susu. Ähm, freundlich. Ich kann nicht irgendwo ein Simmogramm verwenden. Ähm. Hör auf wegzurennen. Ähm. Spezial vielleicht einfach Diva. Ach, der ist auch Diva, oder was? Okay, sie muss irgendwo scheinbar erst mal singen lernen. Okay. Da konnte man noch irgendwie so den Eigentümer herholen. Mach mal das. Vielleicht hat das einen Sinn. Serena ist schöner am Angeln. Huch, ich rutsche nochmal mit meinem Stuhl ein bisschen näher hinten. Okay. Hat das... Bringt das jetzt irgendwas? Objekt? Wir kaufen irgendwann mal ein Herd. Nein. Okay, er ist ein Eigentümer hier. Begrüßen. Begrüßen. Ja. Ähm. Die Sangskarriere starten. So, jetzt hast du rausgefunden, Leute. Ich bin krass. Oder halt auch nicht, aber... Na, darf ich Sängerin werden? Natürlich wird Sängerin. Ja. Jessica von Tom hört sich toll an. Nie. Ich möchte von nichts wissen. Kann ich dir jetzt irgendwas vorsingen, oder... Kann ich jetzt irgendwie Sängerin hier... Hier. Mach ein Simmogramm zu dir noch. Es regnet übrigens. Okay, hier kommen wir zur Berufserfahrung. Okay. Was muss ich das machen? Für Trinkgeld auftreten. Cool, ich würde nur vorschlagen, dass du jetzt erstmal irgendwie heimgehst. Okay, mach ein Simmogramm. Warum ist auf einmal alles dunkel? Hilfe. Okay, du hast deine Tür gefunden. Finde ich schön. Wow, wir verdienen ja sehr viel. Fahr einfach heim. Ja, die anderen fahren jetzt auch heim. Du möchtest... Wirst du hier irgendwelche Züchterin? Wir haben noch Zeit, über deine Karriere nachzudenken. Die ist ekelig heim. Wow. Warum sagt er eigentlich, dass es voll die schöne... Achso, es ist Sommer, wahrscheinlich nicht, dass es regnet. Interessant. Oh, Serena muss heim. Komm nach Hause, Serena. Es gibt es unnötigen Stress. Das Regengeräusch hört sich echt komisch an. Als wenn etwas auf mich regnen würde. Haha. So, jetzt sind wir drin. Ähm... Ja. Kannst du was essen? Wir haben hier einen Kühlschrank, hier einen Snack essen, ein Brot mit Marmelade. Und dann kannst du hier schlafen. Ja, du kannst hier auch was essen, tatsächlich. Das ist möglich, hier was zu essen. Und dann einfach hier schlafen zu gehen. Ui, was will sie? Bei Simt festzusehen, okay? Hausblitze. Kann sie das machen? Oh, ja. Ja. Dann schlafen wir alle schön. Läuft's bei seiner Karriere. Ja, Donnerstag ist halt Musetag. Keine Ahnung, was das sein soll. Das Gewittert. Ich mag keine Gewitter. Tatsächlich, ich hasse Gewitter über alles. Wenigstens regnet es nicht rein. Sind schon mal alle begeistert. Sind alle mir erst begeistert, dass es nicht reinregnet. Ja. Regnet es jetzt einfach die ganze Nacht durch? Ach ja, und ich wollte noch erwähnen, welche Erweiterung ich jetzt genau neu habe. Und zwar Reiseabenteuer, Lebensfreude, Showtime und noch vier Jahreszeiten. Cool, oder? Also ich find's mega cool und hoffe, es gefällt euch auch und ihr freut euch genauso wie mich, dass ich halt jetzt irgendwie weiter in Sims spielen kann. Die sehen komisch aus, wenn sie schlafen. Die bangen irgendwie so ein bisschen im Bett fest. Ja, sie wird jetzt wahrscheinlich das Haus säubern, wenn sie aufwacht. Aber ich glaub, er wacht das erste auf. Ich glaub, er hat noch nichts gegessen. Er kann sich auch eine Dosen-Suppe holen oder ähnliches. Eiscreme. Eiscreme ist ein vorzügliches Frühstück. Hättest du schon mal erwähnt. Wie, was möchtest du alles zum Sommerfest gehen? Okay, wenn ich jetzt finde. Kostüm-Truhe kann ich machen, wenn ich hier eine finde. Und dass deine Fähigkeit steigt, musst du tatsächlich mit deinem Handy spielen. Hätte es gedacht. Oh, sie ist irgendwie volle Glück in Hitchin. Okay, er muss arbeiten, muss sie auch arbeiten? Nein, aber Serena muss in die Schule. Kannst du ja dann auch gleich pinkeln gehen? Und duschen gehen? Sommerfest! Wir gehen aufs Sommerfest, würde ich mal sagen. Ja, da gehst du auch an. Du gehst jetzt vor allem in die Schule. Und du gehst in die Arbeit. Oft stundenlang zu duschen. Was soll denn da der Scheiß? Und da du ja eh arbeitslos bist oder Sängerin bist, genau, kannst du mal aufs Sommerfest schauen. Du kannst nach der Arbeit da natürlich auch hinschauen. Und du nach der Schule natürlich auch. Hast du neue Aktivitäten in der Schule? Nein, aber hart arbeiten ist für dich wahrscheinlich die beste Option. Nein. Oh, sie sieht voll glücklich, glaube ich, aus. Keine Ahnung. Das ist ganz schön, ich kann Chins nicht bewerten. Wir haben kein Geld, warum wirst du wegfahren? Um Geld zu verdienen? So funktioniert Urlaub nicht. Ja, fliegt aber. Oh, ein Grußkartenfoto machen. Nein. Das Einzige, was du machst, ist jetzt halt hier ein bisschen singen. Ähm. Sänger. Für Trinkgeld aufgetreten. Nee, ich möchte keinen. Warum hat sie so komisch... Ganz ehrlich, was hat sie für ein komisches Outfit an? Wie verreißt sie Gesicht? Steigst du jetzt ein bisschen auf mit deiner Karriere? Oh, ein Hotdog-Wettessen teilnehmen, das ist eine super Idee. Kann man das hier? Gruße. Mein Gott, man kann grusen. Wie nehme ich da teil? Spiel, hilf mir. Grußkartenfoto, was ist das? Keine Ahnung. Okay, dann machen wir Sing-Lograben an. Hier, Aurora. Lose. Mach einfach mal lose. Ich finde das gar nicht lustig. Weiß ich noch nicht. Okay, und ich würde einfach mal sagen, dann war es das für diese Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Boah, wir haben sogar Geld verdient. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bye, Sims 3. Bis dahin. Tschüss.